Erneut der zweite Matchball. Und sie schnappt sich den Platz im Semifinale von New York. Roberta Vinci, zwei Stunden 32. Und das ist die große Belobung für die Italienerinnen. Ein Platz unter den letzten vier bei den Damen in New York. Wer hätte mit den beiden im Viertelfinale gerechnet? Nicht viele. Jetzt steht Vinci im Semifinale. Sie hat die Gunst der Stunde genutzt. Auch heute hier war für mich zumindest die fittere Spielerin. Hat es besser mit der Hitze umgegangen. Und hat sich richtig reingebissen in diese Partie. Ja, Qualität. Darüber müssen wir uns nicht streiten. Hatte dieses erste Viertelfinale bei den Damen wenig. Mehr Viertelfinal-Action dann natürlich.